Zurück zu WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW mit einem resetteten Timer diesmal Und jetzt hauen wir hier mal ein bisschen Artefaktmarkt raus und da haben wir noch ein Item in der letzten Dingens gekriegt Was? Da war nix drin? 600 Gold, wow! So, jetzt lassen wir mal gucken Wir haben jetzt hier nen Schmuck mit Mastery 835 Ähm, ja ne, scheiß aufs Int, weg damit, 835 zuerst So, dich werden wir verkaufen, auch wenn du eigentlich besser ist wegen Int und Crit, aber frag auf Item Level Item Level, Item Level, Item Level, Item Level sind wir im Moment Was haben wir da? Das ist Meister Oh, da hat jemand uns nen Mana Kristall wahrscheinlich gekauft Ähm, Jutsch, was machen wir jetzt? Was machen wir in dieser Folge? Wir gucken uns hier mal, ne, Helia machen wir nicht Nö, 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 kurzum, was noch ist Achso, genau den Ring wollte ich machen Gut, dann werden wir da jetzt mal nach, äh, Hochberg feitschen Und den Ring da machen Weil ein 830er Ring ist schon, oder? Ja, ist besser als der Sooo Hab schon, danke Warte mal, Asi, wie sieht's eigentlich mit unserem Ruf hier aus? Die Walla, ja, 4 von 1200 Ähm 12 von 21.000, 12 von 21.000, 16 von 21.000, 8 von 21.000, 13 von 21.000, 3 von 21.000 Ja, ne Oh, wie sieht's hier eigentlich aus? Eine Stunde noch Meister der Lehren Was? Achso, ja, da füllt ja immer noch der, der, der Samariter Der, der Surama Samariter A Ah Da haben wir erst zwei Hm Hm, 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 hm Blut und Wein Aber Wein haben wir doch gemacht Also Wein, Wein verteilt aktiviert alle teleporter in suramana für nur noch drei manna manna war die dbd naja sieht relativ gut aus bei weltquests können wir ja mal ein linsen 200 100.000 weltquests 10.000 weltfest aber immer eine weile für dann nagen ich glaube selbst nach dem add-on wird man daran noch bauen dürfen indeed ein boss töten und versorgungsgüter und die ganze kacke da machen wir mal der boss der war da hinten in dem bereich schnappen wir uns den mal zuerst ja mh 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 Was war das? Ach das war wahrscheinlich der dunkle Schlag Ja auf jeden fall cool aus 300 war nicht 250 Ach so Haben wir Was fehlt uns eigentlich nur Knusper Speck Oh Nein Das Teufels Oh come on Blizzard Come on Oh no no Kein Teufels Speck für mich Hm Da haben wir aber noch einige Rezepte über What? Wir haben das Ach ja stimmt ja Jetzt auf der Festmale haben wir ja Hm Wir haben zurzeit keinen Speck mehr Das heißt wir können keine Festmale mehr machen Das heißt wir können keine Festmale mehr machen So Die Kisten Das heißt wir müssen nur noch Morlocks erschlagen Morlocks Ich glaube das ist alles nur noch Es ist nur noch ein Forschung oder? Oder ne Ah hier ist zum Beispiel noch Verkäufer Grön Zuma Zuma Ah ja das Item hier Rezept mehr Da füllt uns das zweite Teilchen Ah ne halt Scheiße was machen wir denn hier Die müssen wir doch gar nicht töten Reinafkar Reinafkar Reinafkar.com Lachs der Drogba Von Weltkreaturen Also ein Boah ein Waltron Ehm Grülrippchen Alale Ok Auch ein Zuma Von Mionix Also ein Raramo Oh wo ist der denn? Moment Mhm 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 Wir müssen den schon gelicht haben Aber haben kein Kochrezept Wot Fick Oder ist das wahrscheinlich ein Questmob Das kann natürlich auch sein Mhm Mhm Ja und der Knussehberg Wenn der nur nicht so rar wäre ne Mhm Dann könnte man den mal öfters forschen Aber Wir sind ja zur Zeit eigentlich immer noch dran Ähm Hier den Pfefferhaxen Die hier zu pushen Aber Wir haben überhaupt kein Glück Wobei er dazu zeigt glaube ich die Bärenhaxen laufen ne Ah ja die Bärensteaks Hm Und da ist bald eins fertig in der nächsten Folge Ne in dieser Folge vielleicht sogar nochmal gucken Wie weit wir überziehen Wow Wow Der Schlag ist aber in die falsche Richtung gegangen Ein Flütz Oh oh Sterb Sterb Ich muss das Flütz abbauen bevor da jemand anders kommt Ist mir scheiß egal Wir müssen jetzt hier flützen Ich muss nur noch hin Aha Oh wir haben wieder was gekriegt Yeah Dieses Flütz wurde bereits zu Dieses Flütz wurde bereits zuvor bearbeitet Die typischen diagonalen Spuren einer Spitzhacke sind deutlich zu erkennen Alles Als ihr ihn durchschaut entdeckt ihr eine Spitzhacke am Boden Mit zerbrochenem Schaft und ganz stumm von vielen Jahren der Verwendung In den Schaft ist ein vertrauter Name eingeritzt Lethu Hm Nice Jetzt kriegen wir Leiflöds Rang 2 ne Jo Das ist der vorletzte der uns noch fehlt Und dann ist noch Inferno Schwefel auf 2 Und dann Waaah Trotzdem fühlen uns immer noch 12 Äh 22 Hm 22 Skidpunkte Hm Bis 800 Wobei Ich glaube das ist unser weitester Beruf Ne Hm Na gut Wenn man Angeln mal außen vor nimmt Was schon 800 ist Hm 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 So Ähm Da Da müssen wir mal wieder runter zu unserem Ähm Ne hier müssen wir wenden Eisenhorn Ein 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 Claw Weh Er diskutiert auch immer hier Blades ey Der Spaß ey Sollten sie endlich mal wirklich Der mvp titel entziehen Der mvp titel entziehen Entziehen So ein blödsinn wie der da fahren soll Match 7.1 Match 7.1 hype What the fuck What the fuck What the fuck Ähm Überprüfen wir nochmal die Weltfestfix, ob da irgendwie was ist, was wir unbedingt machen müssen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Probieren wir da mal eine Gruppe zu finden für die Kanalisation. Und werden dann da ein bisschen ganken gehen. So, mal müssen wir demnächst auch mal wieder weitermachen. Das war wieder Kristalle sammeln vorher. Äh, Mana sammeln. Das werden wir mal ein bisschen kappen, weil wir müssen heute sehr, sehr wahrscheinlich alle vier Leute mit, also wie süchtig ich es da versorgen. Das Update hier müssen wir auch mal holen. Ich glaube das letzte, was uns fehlt, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, ich das schlechte Abgrate, was uns noch fehlt. Ähm, oder werde ich erstmal noch nach einer Mythic Instanz zuhören? Mythic. Eine müffige Instanz. Was haben wir überhaupt noch offen? Ich habe ja erst zwei gemacht, ne? Weg da. Ich muss ICC auch noch wieder farben. Oh, mit den Shars. Shizzles. Ja, das werde ich morgen machen. So, was haben wir Mythic gemacht? Das finster Dickicht und Hallen der Tapferkeit. Also können wir alles andere Mythic machen. Mythic. Ähm. Auge von Asshara. Äh. Wollen wir irgendwas Besonderes? Nehmen wir mal Neltarion, ne? Nel. Mythic. Immer auf 1 konzentrieren und das suchen. Hm. Need 1 DPS. 20. Ah. Zu langsam. Club. Was habt ihr denn da, Bergarbeiterin? Retus persönliche Spitzhacke. Also zumindest eine von ihnen. Man sagt, er habe wöchentlich eine davon verschlissen. Und trotzdem habe ich noch nie eine mit eigenen Augen gesehen. Seht euch die Abnutzungsspuren an, Bergarbeiterin. In welchen Winkel er ansetzte und in welchen Kraft er zuschlug. Wir können so viel durch das Studium dieses Artefakts erfahren. Ja, gibt es einen Spitzhacken-Artefakt? So. Bam. Damit können wir jetzt aus Flözen, oh. Damit können wir aus Flözen, ähm, Dings ziehen. Ähm. Ähm, Blut von Sageras. Yay. Ähm. Wobei wir sagen müssen, ähm. No Problem. No Problem. So. Ähm. So, der Eingang war... Hm. Da, ne? Gehen wir mal nach... Nach Donnerhof. Reitet die Wind. So, ja, na dann probieren wir uns mal mystisch an dem letzten Boss. Ego ist das Verhalten mancher Spieler. Klicken wir mal an, was steht denn da Schönes? Ja. Ne Problem. Mir ist zunehmend aufgefallen, dass Spieler gerne in die Arzt nehmen, wo andere Spieler schon drauf sind und Akku haben. Im Endeffekt nur kurz anhippen müssen wir wieder verschwinden. Achso, naja, Tagging nennt man das. Nio. So. Blub, 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 blub. Warte mal, wie ist denn? Ich glaube den Weg müssen wir hier nehmen, ne? Ist das richtig? Ne, wir müssen den anderen nehmen. So. Heltarions Hort. War doch hier, ne? Müssen wieder mehr Hexer spielen. Gehten wir doch da oben lang. Ne, es sollte hier rüber auch gehen. Oder? Ne, scheiße, die sind hier falsch. Die sind hier falsch. Guck. Die sind hier falsch. Ah. Oh, was war denn da denn? Ne, wir müssen jetzt in die Innie. Die Innie hat jetzt Vorrang. Die Leute warten auf uns. Oh, fuck. Fuck off. Fuck off. So. Hm, 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 hm. Ah. Das ist aber echt schlecht gelösen. Gelösen? Gelöst worden. Also es müsste da irgendwie eine Möglichkeit geben, einen neuen Spieler irgendwie ranzuborten. Selbst bei Müffix. So. Da hoch. Ob er bereit, ja. Wenn er fällt, dann schreit er. So. Schniebelnde Gedönsung. Und dann müssen wir da hin. Ich glaube, das war der doch, ne? Trash. Feltarionsvorrat, okay. Hup. So, was haben sie denn hier noch geschrieben? Zu meiner Verteidigung. Wenn ich eine Voltkustgebiet bin, dann schmeiße ich während der Begegnung meine zwei Handgriffe. Mensch, ich weiß nicht. Ah. Oh, die haben hier geskippt? Wie haben sie das denn hingekriegt? Okay. Okay. Pfarrt des Wurms. Mal gucken, ob sie die Chests mitgenommen haben oder nicht. Okay. Pfarrt. 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 Was verschreibt er mich an? Was haben die denn hier geskippt? Gottverdämmt! Ach, da gibt es einen anderen Eingang! Oder wie oder wo oder was? Was haben die denn hier gemacht? Puh, ja! Oh Gott, da treten wir fast! Kann die über den zweiten Eingang reden? Das habe ich nicht gewusst! Und für Buff haben wir noch 33 Minuten? Hup! So, 38 Tempo Mastery Bam! Haha! A joke! Everything! Everything! Das ist jetzt hier ein Trick oder schon wieder heroisch! Das ist jetzt hier ein Trick oder schon wieder heroisch! Dass wir hier schon wieder... Oh, noch ein BOE-Item! Das ist jetzt hier ein Trick! Weg! Weg! Yay! Oh, wir haben genug! Wir haben genug! Wir haben genug für ein neues Talent! Wir haben genug für ein neues Talent! Oh! 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 Ich brauche noch ein bisschen! Oh! 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 Okay, den schmeißt du überall hin. Ich hätte gedacht, dass er den vielleicht woanders hinmacht, aber... Also, dass er den nur nach vorne macht, aber... Alter Falterverwalter. Pull auf die Frisse, truff und da. Wir müssen hier mal die Aufladung wegmachen, auch wenn wir jetzt überladen sind. Jesus Christ. So, wie viel Leben hat er denn auf dem Mythic? 60. Ich werde diese Welt zerschlagen, bevor ich euch seinen Hammerballen zeige. So, jetzt, 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 jetzt. Leermachen, 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 Leermachen. Standard Mond und Sterne. Leermachen. Der Welt. Wir wollen noch umzermalben. Der Welt. Wir wollen noch umzermalben. Oh, wir können von hier hintercasten? Sehr schön. Da brauchen wir ja gar nicht riskieren, hier von seinem Gedönst getroffen zu werden. Ach, das ist schön. Ist das schön. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ja. Das war nicht so günstig. Haben wir hier nur ein Dingens? Wie sieht's aus, damage-wise? Ja, auf Platz 2, nicht schlecht. Ich krieg mal, das ist in Ordnung. Auch wenn die da eigentlich ein Power-DD gesucht haben. Ich denke mal, ist in Ordnung, Platz 2. Kann sich keiner beschweren. Ich bin der Ausführer Helden. Der Hammer hat euch nie erwähnt, Darko. Ich kenne den Weg. Ja, ich kenne den Träger von wahrer Stärke. Ja, ich kenne den Träger von wahrer Stärke. Ja, ich kenne den Träger von wahrer Stärke. Ich kenne den Träger von wahrer Stärke. Okay. Die Stäme wieder zu vereinen. Aber das Gleichgericht auf dem Hochwerp ist wieder hergestellt. Dank euch ist die Macht des wahnsinnigen Königs Darkoil der Brochen. Nun erfordern andere Familien eine Aufmerksamkeit. Lebe wohl. Ich hoffe, unser nächstes Treffen hat einen friedlichen Anlass. Ja, und da haben wir Mythic Erfolg für den letzten Endbus gekriegt, wunderschön Ich würde sagen, so macht man das effektiv im letzten Endbus rein, umklatschen, freuen So, ist gar kein Eingang Wir haben hier die ganzen Mobs geskippt What the f*** Well Yo, was sagt die Zeit Ist das, stimmt der Timer? Ja, das stimmt Okay, äh, was geht hier Auf Ja, passt Können wir hier noch irgendwas sinnvolles machen? Wir könnten mal versuchen, ob wir Frostschad umhauen können Könnten wir mal probieren Können wir den von hier aus? Ich glaube ja, ne Da kommen wir hin Ich hab den ja schon mal angelitscht gehabt aber da gab es ja böse auf die Fresse beim letzten Mal Ich weiß nicht, ob das jetzt anders aussieht Weil ich glaube, das hatte ich auch mit nicht 100 gemacht damals Oder war das, als wir mit mit Bildern die die Worldquests gemacht haben? Ich glaube, das war bei der Worldquest, ne Können wir uns vielleicht auch fix noch mal ne Gruppe suchen Mh 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 Vogel the mighty Hier zwei Rache muss Hallo Hatsache, jetzt auch noch einer Ruckel, ruckel, ruckel Hatsache, sagt er 5 Mülle, ok Könnte doch ein bisschen schwer werden Oh scheiße, ich hab wieder Traum falsch rum gemacht, okay Na ja ist egal Dann noch 2 Instance So Ähm Dafür, dass der 5 Mille hatte War das ganz schön mau Dafür ist denn der Frostchart Hier übelst Übelst übeln Übelst übeln So Ja, wieviel Leben hat der? 15 K So, dann müssen wir mal gucken Ähm, da werde ich wieder mal WoW Head befragen, wie der auf irgendeinem Scheiß WoW Head Frost Ja, Frozen Chars Ähm, Frostsplitter Frozen Chard oder wat Oder Gegenstände, ne Schatten Schatten Frostsplitter Frostsplitter Elementar 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 Ähm Ähm Schlitter Englisch Frost 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 Okay Dann werden wir hier fix nochmal Eine Gruppe suchen Eine Gruppe suchen Benutzer definiert Gruppe Oder, ne Wir werden erstmal suchen Zurück Ähm Frost Oh, da fällt ein S Flitter Oh, da haut einer drauf Und da ist einer tot Ja Ja, ne Das war wohl nix Das war wohl nix Englisch Frozen Flitter nochmal Shard Frozen Chard Findeten sie auch nix Okay, na Dann erstellen wir halt eine Gruppe Rost Splitter Flash Frozen Shard Ähm Ist das ein Elite Oder ist das eine Elite-Ware, ne Elite Äh Äh Elite Äh Rare Äh Found Time Gruppe anmelden Tutututututu 104 ist ein bisschen low, ne 106 Und wir überziehen Eieieiei Eieiei Okay, ich würde sagen Wir werden hier einen Break machen Und vielleicht finden sich ja ein paar Leute Und ähm Dann hauen wir den um Bis dahin Euer Snarf Bye 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 오